Wenn es um die Maske geht, ist Deutschland Moralapostel von Europa. Und jetzt hat sich mal wieder ein Experte auf die Suche für den Nutzen von Maskenpflichten gemacht. Aber wurde er fündig? Hat er irgendeine Evidenz entdeckt? Natürlich nicht, wie viele andere Experten übrigens davor auch nicht. Und trotzdem halten wir daran fest. Und da müssen wir uns schon mal die Frage stellen, warum ist dem eigentlich so? Wo ist hier der Fehler? Liegt es an diesen Experten? Liegt es an dem Gesundheitsminister und seinen Kollegen? Oder liegt es einfach an uns, an der Bevölkerung? Überall auf der ganzen Welt wird die Maskenpflicht fallen gelassen. Letzte Beispiel, im öffentlichen Verkehr von New York müssen nun auch keine Masken mehr getragen werden. Das Problem in Deutschland, die Menschen glauben daran, vor allem die Älteren. Sie glauben dem Gesundheitsminister, wie wichtig es doch wäre, sich selbst und andere zu schützen. Und das macht man dann am besten mit dem Lappen. Und deswegen macht man es einfach. Man hinterfragt nicht. Warum sollte man auch? Und diese Experten, die dann zu Wort kommen, die werden meistens nicht in der Tagesschau ausgestrahlt. Und finden dann eben bei diesen Menschen auch nicht oder kaum Gehör. Und deswegen stellt man gar nicht in Frage, ob es eben sinnvoll ist. Aber bis jetzt haben wir noch keine faktenbasierte Datengrundlage, ob Maske tragen eben schützt oder nicht. Und deshalb mein Appell an alle. Natürlich muss jeder selber wissen, was er tut. Aber wenn man Dinge nicht für richtig empfindet und sogar von Experten bestätigt wird, tja, dann sollte man einfach aufhören. Egal, was der andere über einen denkt und wie man angeschaut wird. Weil sonst wird es immer weitergehen. So einfach ist das. Deswegen, ich trage sie nicht mehr. Es ist mir auch egal, was Menschen von mir denken. So einfach ist das.